Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich möchte euch heute eine Hamburger Attraktion vorstellen, auf die man nicht zwangsläufig stößt, weil sie nämlich etwas außerhalb im Verborgenen liegt, aber trotzdem sehr gut mit der S-Bahn zu erreichen ist. Es handelt sich um den neuen Botanischen Garten der Universität Hamburg. 2012 wurde der Garten nach der Umweltschützerin, Loki Schmidt, umbenannt. Sie hatte sich jahrzehntelang für den Ausbau und Erhalt dieser Grünanlage engagiert. Die wunderschöne Garten- und Parkanlage ist in drei Abteilungen gegliedert. Pflanze und Mensch, Pflanzensystematik sowie Pflanzengeografie. Und wer vielleicht Corona-bedingt eine Auslandsreise absagen musste, der kann hier im Kleinen erleben, was ihm entgangen ist. Lasst euch überraschen. Ich kann euch nur schlecht beschreiben, welche betörenden Düfte euch im Duft- und Tastgarten begegnen. Ihr müsst es selber erleben und die Düfte können jahreszeitlich natürlich variieren. Insbesondere viele Großstadtbewohnerinnen und Bewohner wissen kaum noch, wie unsere Nutzpflanzen aussehen. Hier kann man sie erleben. Auch viele Giftpflanzen gehören dazu und es gibt mehr davon, als man denkt. Das Café Palme hat leider noch geschlossen. Hier kann man normalerweise sehr schön sitzen und es finden auch Veranstaltungen statt. Also gehen wir weiter an einem Bachlauf entlang und müssen uns zwischenzeitlich vor einem Regenschauer in Sicherheit bringen. Überall gibt es wunderschöne Sitzgelegenheiten, wenn es nicht gerade regnen würde. Der Regen hört jedoch schnell wieder auf. Lasst euch einfach weiter treiben. Es gibt viele kleine Nebenpfade, über die man auf Entdeckertour gehen kann. Und einige Bereiche wirken sehr in der Natur belassen. Ja, und das gibt's nur im Lokischmittgarten. Direkt neben den Dünen schaut man auf, auf alpines Gelände. Im Zentrum der Gartenanlage befindet sich ein kleiner Pavillon. Um den herum im Uhrzeigersinn sind verschiedene Sektoren mit Pflanzensystematiken angeordnet sind. Wem das hier zu anstrengend war, der kann gleich nebenan in den zauberhaft gestalteten asiatischen Gärten herrlich entspannen. Und dann sind wir auch schon in Nordamerika. Und wer will, kann unter Mammutbäumen eine Pause einlegen. Und dann sind wir auch schon in Nordamerika. Und dann sind wir auch schon in Nordamerika. Nach der Wüste wieder viel Wasser und überall Entspannungsmöglichkeiten. Die Tiere, die im Park leben, genießen den Tag und lassen sich wenig stören. Zum Schluss gehen wir durch den imposanten Bambusgarten. Und hier erfahren wir, dass Bambus nicht gleich Bambus ist. Zu unterschiedlich sind die Arten. Probiert es aus. Tschüss und bis zum nächsten Mal. chopppp. phrads surf Vielen Dank.